Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es nochmal um das 30mm Objektiv von Sigma für das E-Mount System. Ich hatte es schon kurz in einem Beitrag über sieben günstige E-Mount Objektive als immer drauf Objektiv erwähnt. Und da das Interesse wohl doch sehr groß daran ist, werde ich jetzt nach diesem Intro doch nochmal näher darauf eingehen. Also, bleibt dran! 30mm an der Sony 6300 entspricht einem Bildausschnitt am Vollformat von 45mm und ist damit nicht gerade etwas Spektakuläres, sondern eher das, was wir auch mit den eigenen Augen wahrnehmen können. Trotzdem gibt es mit dieser Brennweite tolle Möglichkeiten und dazu zeige ich euch jetzt die Aufnahmen von meinem letzten Spaziergang. Portraitaufnahmen mache ich üblicherweise mit meinem 75mm Objektiv. Doch hier bei 30mm musste ich meiner Frau doch ganz schön auf die Pelle rücken. Aber bei 1m Abstand und selbst bei Blende 4 ist der nahe Hintergrund trotzdem schön weich und verschwommen. Also steht nichts dagegen, auch schöne Portraits mit diesem Objektiv zu fotografieren. Durch die 24 Megapixel der A6300 und einer Naheinstellungsgrenze von 30cm bleiben einem noch genug Möglichkeiten, um das Bild zu beschneiden. Es kommt im Endergebnis einem Makrofoto durch die tolle Abbildungsleistung schon ziemlich nahe. Also auch für Blumen oder Insekten im leichten Makrobereich lässt sich das Sigma perfekt nutzen. Chromatische Apparationen, Verzeichnisse, Vignettierung oder eine Unschärfe zum Rand hin konnte ich auch bei offener Blende nicht großartig erkennen. Landschaftsaufnahmen mit schönem blauem Himmel gelingen also auch hier sehr gut. Dieses Objektiv braucht sich daher auch nicht hinter wesentlich teureren Objektiven verstecken. Nächstes Thema, das Filmen. Viele bemängeln, dass das Sigma keine Bildstabilisation mit an Bord hat. Jetzt aber mal ehrlich, was will man auch für 170 Euro erwarten? Vielleicht noch eine goldene Gegenlichtbände? Nein, bei dem Preis konzentriert sich alles auf die echt gute Bildqualität. Und wer ernsthaft filmen möchte, findet natürlich auch genug andere Möglichkeiten, um mit diesen 30mm zu filmen. Mit Stativ, Steadicam oder einer ruhigen Hand. Und nebenbei gesagt, der Autofokus funktioniert richtig gut. Lediglich das manuelle Fokussieren mit der glatten Oberfläche des Fokusringen finde ich merkwürdig. Da hätte ich mir so ein paar Rillen oder das Ganze ein bisschen griffiger gewünscht. Ich habe das Sigma in meinem ersten Bericht ja als immer drauf objektiv beschrieben. Und bei meinem Fotospaziergang mit Familie und Hund kann ich diese Aussage auch nochmals bestätigen. Auch wenn es kein Bildstabi hat, finde ich es zum Filmen trotzdem sehr gut geeignet. Mit seinen sieben Blendenlamellen zaubert es ein Bouquet hin, welches den Preis dafür mehr als nur rechtfertigt. Und Fehler in der Abbildungsleistung müsste man wirklich lange, lange suchen. Wer also ein gutes Objektiv für seine Sony aus der 6000er Serie sucht und gerne mit 30mm Brennweite arbeitet, wird von dem Sigma nicht enttäuscht sein. Schon bei offener Blende prallen fast 1700 Linienpaare auf den APS-C Sensor und geben keinen Grund an der Schärfe des Bildes zu zweifeln. Ich hoffe, dieser Beitrag hat alle Informationen enthalten, die ihr über dieses Objektiv haben wolltet. Wenn noch Fragen sind, dann schreibt mir einfach. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Euer Michael. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020